So, es geht weiter. Ist eine Zeit lang her, seit der letzten Aufnahme. Das heißt, es kann sein, dass ich gar nicht so genau weiß, was zu tun ist. So, mal schauen. Gucken wir doch erstmal auf die Karte. Da sind wir. Da ist okay. So, was ist denn unsere Aufgabenstellung? Einen Schritt zurück, hole die Belohnung von Charity. Okay, haben wir noch nicht. Nein. Dann rennen wir zu Charity. Ja, klar. Ja, klar. Ja, das haben wir schon gesehen. Oh, oh. Ja, genau. Das hatten wir schon. So, und jetzt? Ja, ja. Was war denn da passiert? So, wo finden wir das? Na. Da. Ja, ja. Finde endestens. Was sagt die Karte? Ah, in die Slums. Okay. Und wieder. Nein. Nee. Karte an. Wir müssen nur noch Karte steuern. Da sollte ja nichts passieren. Und andere berühmte letzte Worte. Na, nur noch Karte ist auch ein bisschen doof. Oh, ist ja gut. Ja, ich hab's verstanden. Schon übel, wenn man nicht mal kleinste Absätze abunterspringen kann. groundmäßig ents successor. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin ja mal gespannt. Ich denke mal, dieses Kapitel machen wir heute auf jeden Fall fertig. Schäbige Bar. Oh nein, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg. Ich sag mal, dass wir die sich aber auch sparen können, oder? Weil... Und jetzt, wie soll das gehen? Aha. Nee. Wie ist das? So. So. Ah ja. Entschuldigung, ich hab's vergessen zu überspringen. Ja, aber Rennerei ist ja auch nicht so spannend. Und? If you want my opinion, well, I don't guess you give a shit. But that kid you're hanging with, I don't know about him. I think he'll be trouble. What kind of stupid idea is that? Joining the resistance? I guess. Yes. The red-bred idiots are so hooked on utopia. They're probably shit roses. Mm-hmm. He wants to know what happened to his parents. To get revenge, I guess. I also think he really believes they can change things. Ah. At his age, you can understand it. Even if you should have taught him better. We're gonna get him deep shit, you know. Pretty good chance of him dying. I know. Wo bin ich denn? Da. Aber. Bin ich hier falsch? Das ist die schäbige Bahn. Nein. Hey. Hi. What can I get you? Yeah. I heard the resistance is planning to attack a technical master convoy. You know if the kid who was with me the other day is with them? You know, I don't actually follow their every move with bated breath. But it seems to me he actually was with them, yeah. They said something about freeing prisoners. The kid must have thought his parents might be in there. But it reeks of a suicide operation. Mm-hmm. Wasn't supposed to overhear their discussion. But I know where the attack took place. I can take you there. I owe you. Genau. Das ist immer gut. Okay. Alright. I'm with you. Yeah. Haha. Das könnte tatsächlich auch die letzte große Mission sein. Oh, der kann ja gar nicht so was. Hey. Hey, hau ab jetzt. Ja, toll. Nein. Was mache ich mit dem Schild? Ach, geht doch. Du könntest dich jetzt mal ein bisschen beruhigen wieder. Wow. Hey. So. Wow. Und jetzt? Haben wir es geschafft, ja? Im ersten Versuch? Nein, nicht so richtig. Doch. Wie soll ich sagen? Nee, wir erledigen wir niemanden. Sonst weiß es, nein, das ist nix. So, ich hoffe, die sterben nicht. Ja, Storf. Und der letzte. Gucken wir mal, ob wir irgendein grünes Schild haben. Ja, da. Komme ich da hoch? Gar nicht. Aha. Okay, das ist Logonics. Okay, das ist Logonics. So, schauen wir mal da lang. Das ist ja nix. Komm, da gibt es nicht schön das Sonderes. Nein, gar nix. Sag mal, wieso gibt es denn da gar nix? Außer, jo. Ah, toll. Wenn ich dafür nicht diesen Erfolg bekomme... Dann hat sich das aber so gar nicht gelohnt. Da noch was? Nee. Okay. Okay. Let's go. Hey. 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 Alter, hau ab ich will erst mal den, hau ab endlich warum ey, immer der ja nein hey könnte vielleicht mal mein Kumpel kommen oh, das schaffen wir nicht, weil ich nicht weiß, wie wir mit den Trecks Schildträgern umgehen und ich weiß auch na komm ey, ey, ey ja, ja so, erst mal wieder langsam runterkommen boah irgendwie hat der, ach schön, auch schon da was ist mit dir yeah let's go und, na, wir warten, bis wir fit sind was haben wir hier ist da irgendwas jo jetzt vielleicht ein Erfolg nö so, aber wir sind wieder fit oh müssen wir noch durchsuchen jawohl aber das sieht mir sehr nach end aus, ne ist das richtig jo immer auf so 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 klar so 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 Ich wusste, ob das geht irgendwie. Okay, machen wir die Karte nochmal aus. Was denn jetzt? Wieso darf ich nicht? Nee, 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 nee. Warum ausgerechnet der? Okay, das war's schon. Wir werden immer besser, d.h. die Kämpfe sind immer weniger Glück. Überhaupt nicht mal. Wir kriegen auch immer mehr. Viel stärker brauchen wir eigentlich nicht zu sein. Durch ein Schild kommen wir so oder so nicht durch. Oh, was ist denn da? Aha, ein Container. Die 50 sollten wir jetzt bald haben, oder? So, wie weit haben wir's noch? Das ist gleich fast hoch. Nee, da oben. Okay. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Oh, oh. Oh, oh, oh. Noch ne Cutscene. Wow, 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 wow. Und weg ist er. Oh, darf ich, darf ich, darf ich? Ja, komm, erst mal… Ich hab ihn gesehen. Ja. Ja, ja. Wow. Oh. Shit, Charity. It was a disaster. The kid was arrested. I'm sorry, Roy. He seemed like a real nice kid. Really. The attack was stupid. But I already knew it didn't work. You got a lot of good information, apparently. Some young person came here to hide just after. Judy. She told me what happened. Fried. And there's also someone sniffing around your place. A girl works with a general. That'd be devotion. She's his right-hand man, armed, from what I understand. You poor boy. You have to decide. You're going to need allies if you want to help the boy. And scenes I doubt the resistance can put up with honor and vice versa. You should go talk to the two women. See what they suggest. Genau, machen wir. Ja, das hab ich. Ja, ja. Und wo ist der nächste Stufenaufstieg? Ja, ich wusste es doch. So, dann schauen wir doch mal, was wir machen können. Boah, scheiße. Ich würde sagen, ne? Nein. Ja. So. Zwei Punkte. Wir bleiben dabei. Ah, nee, nee, nee. Jo, die beiden noch. Zack. Na siehste mal, das wohnt sich doch. Wie viele Punkte habe ich? Einen? Ah, ich habe vor kurzem welche. Die beiden kriege ich eh nicht. Ich brauche also noch elf Punkte. Wow. 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 Dann müssen wir da hin. Wen will ich denn? Hm. Ich bin froh, dass du dich sehen. Auch wenn Marco nicht agree ist, ich weiß, dass wir dich brauchen. Wie du brauchst. Bitte, hör mir aus. Du kannst mir vorstellen, wie sorry ich bin über seine Arrest. Aber er wollte in den Atten. Ich denke, vielleicht können wir ihm helfen, wenn sie versuchen, ihn zu retten. Mit Ihrer Hilfe, ich bin sicher, dass wir das tun können. Sie wissen, wie wichtig unsere Ideen sind für ihn. Marker hat dich nicht richtig geholfen, und er ist noch nicht über dich. Aber er ist nicht der einzige, der machte Entscheidungen hier. Wir retten ihn zusammen, und dann können wir uns mit uns. Wir gehen für Green Hope, als schnell wir ihn abholen. Wir hoffen, dass wir die Technomancer nicht stärken können. Ah, die kleinen Resistenz-Bastasche sind nicht so dumm wie sie sehen. Sie haben einen wunderschönen Wettbewerb für dich. Achtschloch. Wir reden mal ganz kurz mit der anderen. Den Weg sollte ich ja jetzt eigentlich kennen. Der ist viel zu weit dafür, dass wir den dauernd gehen müssen. Ich wusste gar nicht, dass da eine Tür ist. Das war's. 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 Ganz schön sexy eigentlich. Ach, sie sagt nix god. Ein freier Mensch mit meiner Hilfe. Mhm. Oh, wie sehr es ist? Ähm, gut. Also, ich hab bis jetzt seitdem ich das das erste Mal gespielt habe, keinen weiteren Erfolg bekommen. Das ist nicht schön. Bin ich das schon? Nein, das bin ich noch nicht. Na? Kapitel 2 zu Ende, wie wär's? Ja, guck. Oh, 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 oh. Ah, die ist wieder da. Mhm. 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 Ja. Das haben wir. Punkte. Ja. Punkte. Ja. 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 Die ist schon sehr sexy. Ja. 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 Ja Mh-hm. Mh-hm. My mother had an accident at work. They said she was nowhere near as careful as she used to be. And my father became an alcoholic. Mh-hm. He died just after a more or less put me in with a friend of his from the army. General Honor Grant. Mh-hm. And how did your brother disappear? I don't know what happened. I was still really young. He was just a toddler and one day he disappeared. My parents said he was kidnapped. It's a touchy subject. I'd rather talk about something else. Mh-hm. You've known the general for ages. Okay. What can you tell me about him? He's an excellent strategist. And a soldier at heart. Sometimes he's real strict. Even hard. But he's always thinking about Aurora. Mh-hm. He defends the girl like he was his mother. And I defends him. Oh, I see. You're like him in a way. Mh-hm. So. Es wird jetzt ein bisschen lang. Das heißt also kurze Pause. Und gleich wieder weiter. You're going to be one of those other people. So.